Und wenn wir Landflucht verhindern, können wir dann vielleicht auch nicht zu euch kommen. Das sind junge Leute, die hier auf dem Feld bleiben müssen. Wir arbeiten zusammen und sie haben überhaupt kein Interesse in die Stadt zu gehen, solche, die gut verdienen. Die Leute müssen mit der Zeit wissen, dass du was wichtiges hast. Schokolade ist sehr wichtig für die Europäer, besonders Schweizer. Sie werden immer Schokolade essen. Das heißt, du wirst immer diese Arbeit haben.